Der Markt hat es tatsächlich geschafft, er entwickelt sich weiter nach oben. Das hatten wir gestern so ein bisschen angezeichnet, so die Idee. Mensch, wir sind hier in der Schubbewegung nach oben und früher oder später kommt der Rücksetzer. Der muss natürlich nicht sofort kommen, nur durch den Ausbruch natürlich erst recht nicht. Noch sind wir in der Aufwärtsbewegung und solange wir so ein Muster hier haben, Schub in die eine, wackelig in die andere, ist natürlich die Bewegung immer noch die in der Fortsetzung und hat noch weiter gültig. Das gesamte Bild bleibt natürlich bestehen, auch von einem höheren Niveau. Das könnte jetzt so aussehen, kann auch noch ein bisschen höher. Früher oder später müssen wir damit rechnen, dass der Kurs noch mal ein bisschen wieder zurückkommt und das ist für die langfristigen Bullen sicherlich eine Möglichkeit, sich hier noch mal in den Markt zu positionieren und für uns kürzerfristiger natürlich spannend, die Abwärtsseite erst noch mal mitzunehmen und dann auch möglichst frühzeitig den nächsten Aufwärtsarm dann zu bekommen. Ich habe es eben angedeutet, das ist eigentlich das, wonach man guckt auf den kleineren Ebenen, Stundenchart beispielsweise, 15 Minuten Chart und wenn ich ganz ehrlich bin, hier im 15 Minuten Chart fand ich da noch nichts wirklich atemberaubend Tolles. Beim Dow Jones allerdings, wenn wir hier mal in den Vergleich gehen oder das hier auf den kleineren Ebenen uns angucken, dann sehen wir, dass wir dieses Verhaltensmuster natürlich schon regelmäßig dann mal haben und wenn wir es in unserem Lieblingsmarkt vielleicht nicht sehen, dann ist es gut, wenn wir es hier bei den Alternativen angucken. Das kann auch der S&P sein, wer den natürlich lieber mag, dass wir hier auch auf den kleinen Ebenen, das ist der 5 Minuten Chart und 5 Welle haben und anschließend eben diesen Klassiker nach unten und dann den nächsten Ausbruch nach oben. Solange das Bild also in dieser Richtung bleibt, die Schubseite in die eine und die wackelige in die andere Richtung, haben wir die Möglichkeit daran teilzunehmen. Es ist nicht gesagt, dass das natürlich immer funktioniert. Wir hatten hier so ein bisschen, darüber hatten wir gestern gesprochen, mit Chancen auf einer richtigen Fortsetzung nach unten. Und zwar war der Rücksetzer jetzt nicht ganz so weit und es gab auch hier nicht so einen richtigen Einstieg, weil das ist auf gleicher Höhe. Da haben wir oft schon gesprochen. Es kann natürlich manchmal auch nicht funktionieren, dass das nicht hier hinhaut, aber wenn wir so klare Bilder haben wie diese, dann ergeben sich daraus auch schöne Chance-Risiko-Verhältnisse, die dann ebenfalls viele Möglichkeiten bieten. Was bedeutet das jetzt für uns heute Abend? Wenn ich das hier im 5-Minuten-Chart, das ist wohlgemerkt kurzfristig, also nicht mehr am Morgen so spannend, aber wenn ich mir das angucke, dann sehen wir, dass die Aufwärtsbewegung hier eigentlich so ein typisches, ich kriege nicht mehr so richtig Luft-Syndrom hier zeigt, also ein bisschen nach Ende aussieht, sprich vielleicht der nächste Rücksetzer. Und dieser Rücksetzer, das wird wieder für unsere Intraday-Händler spannend, ob wir was Wackeliges bekommen oder ob wir eben dann doch den etwas schärferen Schub nach unten bekommen, der dann die Wackelei sozusagen nach oben bekommt. Also noch gilt die Aufwärtsrichtung. Es hat sich allerdings generell an dem Bild natürlich nichts verändert, dass wir auch diese Bewegung irgendwann mal in die Pause schicken müssen. Dann wäre beim S&P beispielsweise 2700 ein Thema. Es kann auch ein bisschen tiefer gehen. Fibonacci lässt grüßen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo das hoch ist, deshalb können wir nur erahnen, wo in etwa die Zonen liegen. Aber unterstellen wir mal in etwa hier liegt das hoch, dann wäre das so eine Zone, die hier so mittendrin ist. 2600, 2500 beim S&P beispielsweise. Das Ganze geht natürlich analog auch beim deutschen Markt. Auch hier wissen wir noch nicht genau, wo das hoch dann zu suchen ist. Deshalb machen wir das mal so Pi mal Daumen. Aber dann sehen wir schon so 10.000, 9.500. Das wären nicht mal bärische Anzeichen, sondern wenn das wackelig und möglichst korrektiv darunter kommt, natürlich tolle Möglichkeiten, da die Long-Seite wieder mitzunehmen für die längeren und für die kürzerfristigen unter uns, da die Abwärtsseite ebenfalls dann nochmal zu fahren. So in diesem Sinne, wer Spaß an solchen Überlegungen hat, wer gerne mehr davon hätte, auch aufs Smartphone geschickt, der kann sich gerne anmelden für Trade2go. bekommt dann aufs Smartphone, also WhatsApp oder Telegram, diese Nachrichten auch per Video immer mal wieder zwischendurch. Manchmal Tipps, manchmal Zeichnungen, manchmal konkrete Trading-Ideen oder eben auch Know-how im Sinne von, wo zeichne ich das nochmal ein, wie soll ich denn hiermit umgehen. Deshalb einfach anmelden, es ist kostenfrei und das Ganze mitnehmen. In diesem Sinne, für heute erstmal alles Gute, bis zum nächsten Mal.